WDR 2 Radio zum Mitnehmen Kabarett Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Nach all den Debatten um Sexismus, Antisemitismus und Rassismus wurde es aber auch Zeit, dass mal jemand klarstellt, wer heutzutage die wirklich Verfolgten in der Kampfzone Deutschland sind. Und wer könnte das besser als der Hüter der reinen Lehre, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller. Na und wer sind nun die wirklich Verfolgten im Land? Natürlich die Priester der heiligen römisch-katholischen Kirche. Wer denn sonst? Aber da muss erst der Erzbischof Müller in Rom das Wort ergreifen, damit uns endlich allen klar wird, welchen Anfeindungen katholische Priester heutzutage hilflos ausgeliefert sind. Erzbischof Müller sagt, es herrscht eine Pogromstimmung gegen die katholischen Priester im Land. Das hat gesessen, oder? Da haben sich die sexistisch und rassistisch Beleidigten erstmal hinten anzustellen. Pogrom schlägt alles. Da kommen sie nicht gegen an. Zumal, wenn man nicht weiß, was ein Pogrom ist. Unter einem Pogrom versteht man die gewaltsamen Ausschreitungen gegen Menschen, die einer bestimmten Gruppe angehören. Und die Pogromstimmung gegen katholische Priester ist doch im Lande mit Händen zu greifen. Wir stehen kurz vor einem Kreuzzug. Und wer schreit auf, wenn mal wieder ein katholischer Priester gewaltsam bedroht und durch dunkle Gassen gejagt wird? Niemand! Denn mehr oder weniger heimlich träumen doch viele längst davon, mal einen katholischen Priester zu verprügeln, einfach nur deshalb, weil er ein Priester ist. Ich weiß nicht, wie viel Weihrauch man schnüffeln muss, um die zum großen Teil berechtigte Kritik an der Institution Kirche mit einem Pogrom gleichzusetzen. Ich weiß aber, dass der Herr Erzbischof ein Wiederholungstäter ist, der schon als Bischof von Regensburg viel Applaus erntete, als er Journalisten, die über Missbrauch in der Kirche berichteten, eine kriminelle Energie attestierte und davor warnte, nicht auf all diese Schalmeien wie 1941 hereinzufallen. Ohne Nazi-Vergleiche geht nun mal nichts in diesem Land. Und er wäre halt so gerne ein Märtyrer, der Herr Erzbischof. Dabei ist und bleibt er einfach nur der Bischof, der im Bistum Regensburg, einem wegen sexuellen Missbrauch rechtskräftig verurteilten Priester, ein neues Revier zugewiesen hat, ohne die Schäfchen der neuen Pfarre über das Hobby ihres Hirten zu informieren. So erfuhren sie es erst, als der vorbestrafte Priester sich wieder an einem Kind verging. Ja, mit krimineller Energie kennt er sich genauso aus, wie mit Pogromen, der Herr Erzbischof. Wir sollten ihm nicht vergeben, denn er weiß, was er tut. Bis neulich. Bis neulich. Vielen Dank.